Der Boxsport in Deutschland hat dank der Klitschko-Brüder einen hohen Stellenwert. Daher kommen auch immer mehr Boxbücher auf den Markt. Ein neues Buch in dieser Reihe ist das Buch Box, Du hast nur diese eine Chance. Starke Sprüche von einem Trainer, den ich bis dato nicht kannte. Zwar sind mir Stunek und Wegener ein Begriff, aber sein Name ging mir irgendwie immer unter. Komisch, ich kannte ihn nicht. Der Verlag schreibt über das Buch, ein anderer kämpft sich durch. Ein ehrliches Buch mit einer klaren Message. Weiß dich durch, nur dann bekommst du eine faire Chance. Uwe Schuster, genannt der Commander, leitet in Halle in einem verfallenen Hinterhaus das härteste Boxcamp Deutschlands. Er weiß, was es bedeutet, sich trotz Rückschlägen immer wieder nach oben zu kämpfen. Spannend und gerade heraus, erzählt er sein Leben. Von den täglichen Schindereien in der DDR-Sport-Kaderschmiede bis zur bewegenden Geschichte seines Sohnes. Als dieser mit zehn Jahren stark übergewichtig ist und in der Schule gemobbt wird, bildet Uwe Schuster ihn zum Profiboxer aus. Mit Erfolg. In diesem Ausbildungscamp trainieren und überleben nur die härtesten. Weicheier haben hier keine Zukunft. Also, tritt ein und seid willkommen. Naja, soweit der Verlag. Nachdem ich das Buch gelesen habe, war ich etwas enttäuscht. Hier spricht man fast ausschließlich von der Schinderei im Boxsport. Dabei bedarf der Boxsport sicherlich weit mehr. Mich hat das Buch nicht allzu sehr begeistert. Wer mal in den Boxstall des Autors reinschnuppern möchte, nicht schlecht. Wer sich wirklich für den Boxsport interessiert, bekommt bessere Bücher. Zum Beispiel das Buch des Mannheimer Boxers Charlie Graf, erschienen im Patmos Verlag. So, das Buch, Box, du hast nur diese eine Chance, von Uwe Schuster mit Philipp Kohlhöfer, erschienen bei Heine. So, das Buch ist eine Chance, von Uwe Schuster.